40 Fuß und 34 Tonnen und das mit nur einem Arm. Der Liebherr Reach Stacker ist das Universalgerät für kleinere Umschlagterminals, von der Schiene auf die Straße oder umgekehrt. Der lange Greifarm kann kleine und große Container mühelos umladen und auf bis zu sechs Ebenen stapeln. Der Reach Stacker im Gegensatz zu den großen Hafenkranen oder anderen Fahrzeugen, die auf Umschlagplätzen tätig sind, zeigt eine Flexibilität, einen wesentlich einfacheren Einsatzbereich. Das Fahrzeug ist mobil und fährt auf Reifenrädern, was auch gewisse Unebenheiten des Bodens ausbügelt. Bei knapp 400 PS Motorleistung bringt der Liebherr Reach Stacker rund 70 Tonnen auf die Waage und das noch ohne einen bis zu 35 Tonnen schweren Container. Die Dimensionen werden erst dann so richtig klar, wenn man den Greifer einmal direkt neben einem LKW sieht. Ein faszinierendes technisches Meisterwerk, auch im kleinen Maßstab 1 zu 87. Wir wollten ein Modell machen, nicht nur ein Standmodell, sondern auch ein Modell, was sich bewegen lässt, mit dem man auch spielerisch umgehen kann. Die Herausforderung bestand darin, den Arm beweglich zu gestalten. Wir haben sehr wenig Spielraum, wir haben einen engen Bereich, wir sprechen da von einem Raum zwischen den beiden Armen von ca. 1 Zehntel. Das ist sehr, sehr fein und das muss einem Werkzeug entsprechend umgesetzt werden. Des Weiteren ist es so, dass der Greifer, der den Container bewegt, auch die Möglichkeit haben muss, den Containern zu halten. Da haben wir auf einen neuen Trick zurückgegriffen. Wir haben einen Magneten verwendet, der in dem Greifer sitzt und in dem Container sitzen wir ein Metallplättchen, was dazu führt, dass der Container fixiert wird. Der Liebherr Reach Stacker ist somit ein voll funktionales Hightech-Modell geworden. Wie im Original lässt sich auch im Modell der Greifarm stufenlos verstellen, heben und senken. Um vom kleinen 20-Fuß-Container auf den großen 40-Fuß-Container umzustellen, kann man den vorderen Greifer entsprechend umstellen. Der Containerstapler von Herpa ist für nahezu jeden von Herpa produzierten Container geeignet. Grund dafür ist der kleine Magnet im Greifer. Mit einem Metallplättchen lassen sich auch ältere Container mühelos umrüsten und originalgetreu aufnehmen. So wird auch ihr Diorama zum perfekt originalgetreu gestalteten Umschlagplatz. Untertitelung des ZDF, 2020